Musik So, die HL50 Sehr erfreulich für uns, dass heute zum Bundesliga-Kampf gegen Merkel die Tribüne voll werden. Und hier an der Matte wird es auch recht. Sehr, sehr geil. Kleine Info noch an die Zuschauer, die jetzt erst dazugekommen sind. Unsere zweite Mannschaft hat vorneweg den Tabellenzweig geschlagen mit 17 zu 9. Ich finde, es ist auch ein kleiner Applaus wert. Wir sind an der Tabellenzweigzeit mit der zweiten Mannschaft. Ich bin aktuell auf dem zweiten Platz, aber direkt hinter Elgershausen. Und ich kann euch versprechen, dass wir in der Rückrunde des Ganzen wieder gerade liegen. So, unsere Jugend hat gestern gegen Hössbach gewogen. Da sind wir eine ganz unglückliche Ball weggekommen. Hössbach ist ein bisschen die Favoriten bei der Gruppe in der Jugend. Sind auch vielleicht, so wie ich es gehört habe, ich war leider nicht da, ein bisschen mehr Wert beschlagen worden. Da war vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Aber im Endeffekt bei Hössbach, der verdiente Siege. Schmeiß uns nicht zurück. Die Kinder sind motiviert und werden im nächsten Fall natürlich auch wieder Punkte bringen. Ich möchte mich auch jetzt, bevor es wieder endlich wird und viele Entscheidungen anstehen, vorab bei allen Sponsoren bedanken, die heute hier sind. Ganz vorne möchte ich erwähnen den Dick Reinhold, der für die Firma Spandit unser Hauptsponsor ist dieses Jahr. Herzlich willkommen hier bei uns in der Schuljohnhalle und tausend Dank für die große Unterstützung 2019, wie aber auch schon 2018. Danke für die Firma Spandit. Applaus Aber auch natürlich hinten dran steht ein großer Pool an anderen Sponsoren in verschiedenen Größen. Jeder ist wichtig hier beim Siegblick, um das ganze Thema Bundesliga, aber auch dieses ganze außenrum stemmen zu können, brauchen wir natürlich euch. Und wenn es geht, 2020 wollen wir einfach den nächsten Schritt gehen, noch besser werden und vielleicht auch noch größer im Sponsorenpool, um hier in Karlosheim einfach eine Marke zu setzen. Auch begrüßen möchte ich, habe ich gesehen, unseren ersten Bürgermeister, den Dennis Nesswald. Dennis, herzlich willkommen bei den Ringern in Karlosheim. Dennis war, glaube ich, bis jetzt bei jedem Ankaufler. Finde ich persönlich sehr geil. Auch die Gemeinde unterstützt mich dieses Jahr sehr gut und tut uns auch sehr gut. Danke. So. Wie bei den anderen Handkämpfen möchten wir hier einen kleinen Rückblick an den Zuschauer bringen, die vielleicht auch nicht daran gehen. Bei den anderen Handkämpfen hier oben auf der Leinwand jetzt nochmal kurz sacken lassen. Bitte von den letzten Kämpfen. Ohne Nessẻ ver Ohne Klinie. Okay, ich nutze die Sekunden, bis die Jungs da hängen und versuchen, Wir tun das Ganze nicht nur im Himmel, sondern auch im Dumpen. Ah ja, ich bin einfach ruhig und lasst euch einfach die Medien auf euch wirken. Sie sehen aus dem Land gegen Mainz und gegen Nackenheim, die werden alle akutetechnisch nicht ganz so gut gestanden. Wir haben uns gewählt gegen die zwei Favoriten und können hier auch den großen Kurschen. Wir haben uns gewählt gegen die drei Favoriten und die drei Favoriten. Wir haben uns gewählt gegen die drei Favoriten und die drei Favoriten. Wir haben uns gewählt gegen die drei Favoriten und die drei Favoriten. Wir haben uns gewählt gegen die drei Favoriten und die drei Favoriten. Wir haben uns gewählt gegen die drei Favoriten und die drei Favoriten. vom MC Türen Mecken! Herzlich Willkommen in der Losser! Herzlich Willkommen! Auf geht's! Der MC Türen Mecken konnte den Saison auf den Tisch beginnen, einmal in Wolle, einmal in der Nore, auch durch Sport ist in der Karriere, und wir haben uns heute alles abgedacht. Diese Partie wird heute gerade von unserer Schilder-Stadt und Freude, mein Stadler, mein Stadler, mein Stadler, und mein Stadler, mein Stadler und mein Stadler. Wir haben eine Lüge des Hinschens und gute Entscheidungen. Meine Damen und Herren, willkommen zu der Breeding Event! football football spielt favorite auch im Eksteniximiz! Wir können hier im R Bey. Ich weiß, wie wir in der Östreich. Das Ganze wird schon mitzvoзы, Vorteil von allerdings nicht werfeilt, aber schnell an Bothen был! Der Bei Pürenсьer Lüge่ger hat sie sich Oh, 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 oh oh, 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 oh. Ecz, wo dennarst du dich ist wie das? Ich muss dich nicht auf ein Schlaf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieser Waksel hat schon auf, das Stgehörer Bezpielekt! Und im Stgehörer sind die 당nahmen auch, die Stgehörer haben, die Stgehörer von Stgehörer gespürt. Die Stgehörer sind die Stgehörer von Stgehörer Schroer. Ich meine, die die in die vier haben, die in die die in in den nach in war die in die die Vielen Dank. So, wir sehen jetzt den Sportler der Küche. Das war's noch nicht mal am Abend. Ich wünsche euch Zuschauer heute Abend ein kleines Volk und Sportler in der letzten Zeit, wenn ich euch. Und natürlich für uns den Heimziehen. Jungs gibt alles. Die Zuschauer müssen natürlich gar zuhelfen. Ich gebe aber immer leid. Wer geht mir eigentlich in den Raum vorstellt. Viel Spaß hier in der Nutzzeit. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Publikator in einzelnen Korten und sie lasst aus Dürrenberg an 20 Jahren. Sie wissen, was wir 57 Spieler freier spielen. Fadlos Shkobishi gegen Adel Burra Kussum. Sie wissen, was wir 61 Spieler auf Hebron, David Kiefermann gegen Jason Wacker. Ihr wisst, was wir 67 Spieler freier spielen. Timo Busskamp gegen Romerang Dürrkow. Ihr wisst, was wir sagen, die Spieler auf Hebron, Nikolai Atelkow gegen John Riesling. Nie das Haus, die Schüler auf Hebron hängt. gegen Dinamo Rettina. Nächster hat sich mit dem Titel in Hingau Tim Schnau gegen Alexandri Otto. Der Nächster hat sich mit einem neuen Schiff Weg und raus gegen Marco Flodig. Der Nächster hat sich mit dem Titel in Hingau drew seiner Stille von Böckner gegen Dänning Müller. Er war er sicher durch, Und das ist der Freie Stimme, Abel Zubinon, Abel Medow gegen Silvia Karatele. Und das ist der Freie Stimme, Abel Zubinon, Abel Medow gegen Silvia Karatele. Und das ist der Freie Stimme, Abel Medow gegen Silvia Karatele. Und das ist der Freie Stimme, Abel Medow gegen Silvia Karatele. Für den Rest von wie vor Silvia Karatele. Kurzer Hinweis von Meno, ich sehe die Kinder da an der Flachenfange und bitte macht euch so klein wie möglich, dahinter sitzen auch noch Leute, ansonsten müsst ihr leider auf die Seite gehen. Macht es so lange möglich, dass die Leute da hinten am Abend was sehen. Danke!